Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vincent von Freaky Finance und auf diesem Kanal geht es hauptsächlich um den Handel mit Aktienoptionen. Heute habe ich dir aber ein etwas anderes Thema mitgebracht und zwar möchte ich von meinen Erfahrungen beim Finanzbarcamp und der Verleihung der Finanzblock Awards berichten. Wenn du dich für den Optionshandel interessierst, bleib aber auch unbedingt dran, denn dazu gibt es auch einen größeren Part im Video. Ich war bei der tollen Veranstaltung vor Ort und habe ein paar Videosequenzen, die ich dort aufgenommen habe, in diesem Video für dich zusammengeschnitten. Das Video ist auch begleitend zu meinem Blogartikel zu sehen, den ich parallel veröffentlicht habe. Da ist das gute Stück. Ich verlinke dir das natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Schau gerne mal rein in den Artikel, denn dort gibt es noch einige zusätzliche Fotos und natürlich jede Menge Text mit Infos zu der Veranstaltung. So, dann noch ein kurzer Ausblick, was alles drin ist in dem heutigen Video. Ich habe ein paar Teilnehmer des Barcamps interviewt. Ich habe einfach nur eine kurze Frage gestellt und kurze Antworten bekommen. Das ist ganz interessant. Es waren immer entweder Blogger oder Leser halt und die haben dann die Themen beschrieben, für die sie stehen. Es gibt Einblicke in zwei Sessions, die ich ein bisschen mitgefilmt habe und ich habe eine schöne Zusammenfassung gefilmt, die die Comdirect über die 13 nominierten Blogs vor der Verleihung gezeigt hat. Und ich habe natürlich die Gewinner der Awards auf der Bühne im Konfetti-Regen eingefangen. Ein Hinweis noch zum Format des Videos. Es ist im Hochformat, in diesem typischen Instagram-Story-Format gefilmt worden, weil ich die Clips auch teilweise schon in den Insta-Stories benutzt habe. Und deshalb einfach nicht wundern, dass an den Seiten ein bisschen schwarz ist. Ich habe es aber versucht ein bisschen mit Text zu füllen. Und damit jetzt wirklich viel Spaß beim Video. Im Barcamp noch ein paar organisatorische Hinweise. Das Wichtigste zuerst, ihr habt es vielleicht gemerkt, wir nutzen euch. Also üblicherweise nutzt man sich auf einen Barcamp, das sollte auch heute so heißen. Deswegen, ich hoffe, dass es war ja okay. Wir können heute ins Loop Talk gehen. Wir haben uns im Vorfeld Infos dazu geschickt haben. Und was vielleicht das Wichtigste ist, wir werden in dieser App auch nach dem Laufe des Tages, wenn die Sessions feststehen, die komplette Tagesordnung hier in dieser App machen alle. So, bist du Leser oder Blogger? Blogger. Und worum geht es auf deinem Blog und warum sollte man ihn lesen? Value Investing und Verzicht auf Konsum und unnötige Ausgaben, die man nicht braucht. Und ja, finanzielle Freiheit. Cool. Und wie heißt dein Blog? Tim Schäfer Media. Bist du Leser oder Blogger? Ich bin Leser. Und welchen Blog verfolgst du am liebsten? Ich finde die Freiheitsmaschine gut. Ich finde dein Blog natürlich gut. Und ich finde Gerd gut. Und welche Themen interessieren dich am meisten? Ach, angefangen bei finanzieller Freiheit, aufgehört bei Entnahmestrategien. Das ist das ganze Spektrum. Hi, bist du Blogger oder Leser? Ich bin Blogger. Andreas ist mein Name. Ich betreibe den Blog Generation Finanzen. Und du solltest den Blog lesen, weil Finanzplanung für Einsteiger ein wichtiges Thema ist, um Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Finanzen in den Griff zu bekommen. Was ist ein Frugalist? Ein Frugalist, das ist jemand, der keinen Bock hat auf das Standardlebensmodell. 40 Jahre lang arbeiten gehen und dann am Wochenende das Geld wieder für Krempel rausgeben. Ne, das ist uns zu langweilig. Wir wollen ein spannenderes Leben führen. Und sparen ganz viel Geld, um nicht so viel arbeiten gehen zu müssen. Kann ich etwas ausleihen? Kann ich etwas basteln, um das zu lernen? Kann ich vielleicht ein neues Skill lernen? Also, übrigens zwei Probleme, meine Freunde, die schneiden Kartoffeln immer mit dem Messer. Und ich komme zum Sparschäler, weil ich mit dem Messer nicht richtig umgehen kann. Ich finde es zum Beispiel die Möglichkeit, wenn wir kein Sparschäler hätten, ich könnte bald wieder auch immer zurückgehen und einen stellen, aber ich könnte einfach lernen, das besser zu machen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber wenn wir das so auf alle Dinge fragen, dann geht es dann auch ein bisschen, wie wir es in den Bühnen zu machen gehen, der kommt jetzt noch ein Torstück und dann natürlich erstmal Sport zu machen. Und dann zu schauen, was es denn eigentlich auswirkt, um ein Gefühl. Und wenn man sich konzentriert, braucht man weiß, dass man eigentlich gerade ordentlich, wo man sich gar nicht ein, das klingt ja so nach Einstellung, wie wir es brauchen, aber eigentlich heißt es, dass man seine Versorgung erweitert, in der Möglichkeit, dass man kreativ ist, dass man kleine soziale Netzwerke nutzt, um sich von Vorherrückung zu verbinden, mit anderen Verhältnissen selber etwas zu lassen und so weiter. Und dass man so ein bisschen unabhängiger auch wird, vor allem vom Markt, von den Besuch und Dienstleistungen und eben flexibler und mehr Möglichkeiten kann man sich schafft. Und unter dem Strich muss man natürlich viel weniger kaufen, wenn man die anderen Möglichkeiten hat, Probleme zu lösen und spart dadurch Geld. Und gleichzeitig aber kann man viel leichte Sehmethoden schaffen. Und das finde ich halt total interessant, indem man einfach nicht alle Antworten versucht zu verkaufen zu lösen, nachdenken, das Problem selber zu lösen, Antworten zu fragen, Nutzung zu lösen. Und das gilt für alle Gemeinden dabei, gleichzeitig zu sparen und eben besser zu leben. Bist du Blogger oder Leser? Beides. Welchen Blog betreibst du und warum sollte man ihn lesen? Geldschnurrbart.de ist ein toller Blog, weil... Da fällt ihm auch nichts mehr zu ein. Und welche Blogs liest du gerne und warum? Es gibt einen Blog, der heißt millionär-blogspot.de oder sowas. Und der ist super cool, der hat nämlich seine Zahlen offengelegt. Und das hat mich so motiviert, dass ich auf Geld schon bald eben auch meine Zahlen offengelegt habe. Nicht um zu prahlen, sondern weil ich finde, nur so lärmst du, indem man sich transparent austauscht. Projekt-millionär.blogspot, glaube ich. So ein Leidenschaftshobby-Blog, aber ich finde es toll, der macht es gut. Bist du Blogger oder Leser? Reiner Leser. Welche Blogs liest du am liebsten und warum? Natürlich den Vincent. Ansonsten Louis, Louis Patzos von Lars, Lars Robbel. Die P2P-Geschichte lese ich total gerne oder höre ich eigentlich. Also ich muss zugeben, ich lese ganz wenige Blogs, sondern wenn ihr irgendwie ihre Sachen selbst noch mal einlest, dann höre ich eigentlich immer deren Podcasts. Bist du Blogger oder Leser? Ich bin Blogger. Und worum geht es auf deinem Blog und wie heißt er? Geldchallenge.de. Es geht um Optionshandel. Ich veröffentliche dort mein Trading-Blog-Buch. Ich frage mal so in die Runde, weiß jeder was Optionshandel ist, was dahinter steckt? Genau, fragen wir mal so, wer hatte schon mal mit Optionshandel zu tun oder weiß in etwa, was wir hier überhaupt jetzt vorne präsentieren? Wow, okay. Das sieht ja schon ganz gut aus. Also dann wäre jetzt die Gegenfrage, muss das jetzt nochmal von Grund auf erklärt werden, was die Option ist? Ja, ja. Ja. Ja, nee klar. Also ist ja so. Wie möchtest du das sagen, was man mit der Option machen kann? Also bei der Option muss man ein bisschen unterscheiden zu dem Aktienhandel. Man ist auf beiden Seiten vertreten. Also ich kann sowohl auf der Seite, wenn ich das Gefühl habe, eine Aktie steigt, kann ich auf der Optionsseite sagen, okay, ich steige, ich kaufe die Option für eine steigende Aktie. Ich kann aber auch sagen, sie steigen und ich verkaufe die Option und sicherlich den Preis ab. Und das Gleiche geht auf der anderen Seite auch. Das ist ja sehr theoretisch. Aber wir haben im Prinzip Long und Short auf der Longseite und wir haben Long und Short auf der Shortseite. Mit einer Option, so wie wir beide das handeln, machen wir Stillerhaltergeschäfte. Das heißt, wir verkaufen die Option immer. Das ist immer ein direktes Geschäft, wo wir die Option verkaufen und im Prinzip Käufern, die, so wir dann im Prinzip handeln wollen, das Ganze absichern. Wir sichern Preise ab. Es wird immer so viel, wie gerne gesagt, eine Option ist vergleichbar mit einem Versicherungsgeschäft. Was im Einzelnen durchaus annehmbar ist, aber was eben halt oft vergessen wird, eine Versicherung verkauft nicht eine Versicherung mit einem Unternehmer oder wie auch immer. Also der einzelne Handel ist nicht vergleichbar mit einem Versicherungsgeschäft. Wenn ich aber 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150 Optionen im Jahr handel, dann kommt das im Versicherungsgeschäft sehr nahe, weil ich dann eben halt sehr viele kleine Positionen auf dieses Geschäft bekomme. Dann bitte. Nur so zur Einordnung, wie viele Trades macht ihr im Jahr und wie hoch ist so die durchschnittliche Rendite, würde ich sagen? Also lebt ihr davon oder macht ihr das Leben bei und so weiter? Da sind wir auch komplett anders aufgestellt vom Ansatz her. Ich selber mache im Moment circa, einfach nur überschlagen 80 Trades, würde ich sagen, im Bereich Optionen, gehe da sehr vorsichtig ran. Das heißt, meine Strikes liegen sehr weit weg entfernt vom aktuellen Kurs. Das ist für mich meine Sicherheit. Dafür sind die Prämien sehr gering. Das heißt, bei mir macht die Masse der Trades das aus, was ich am Ende des Monats verdiene. Das sind bei mir ein paar hundert Euro, mal auch über 1000 Euro. Aber das ist auch nicht das, wovon ich lebe. Also das ist für mich Zusatzgeschäft. Interessant in meinen Augen ist der Optionshandel auch für Leute, die sowieso sich im Aktienmarkt bewegen, sich damit auskennen und eben noch zusätzlichen Cashflow neben den Dividenden gegebenenfalls erzeugen wollen. Um das Regelwerk zu lernen, um die Erfahrung zu machen, wie gesagt, war es in der Anfangsphase drei, vier Stunden im Feierabend, die Webinare gehen anderthalb Stunden. Da gibt es ja fünf, sechs Stück, da hat man das Regelwerk anhand. Da muss man sich mit den Leuten, die die Webinare halten, vielleicht auch austauschen. Man macht seine Erfahrungen. Da war es ein bisschen intensiver. Jetzt ist es so, dass ich im Prinzip auch meine Trades über YouTube veröffentliche. Und komischerweise ist es ein Trade in der Woche, ein Video in der Woche und jetzt das von gestern hat 17 Minuten gedauert. Reines Handeln, um in den Trade reinzukommen. Der Rest ist auf dem Chart gucken oder auf dem Handy gucken, ist der S&P heute ein Plus oder ein Minus. Wo der S&P ist Dienstag ein Minus, dann fahre ich Dienstag nach Hause, setze den Trade auf, hat sich das wieder erledigt. Und auch nochmal ganz kurz sagen, was es bei mir für ein Zeitaufwand ist, weil ich finde es ganz wichtig, dass man das nicht mit Day Trading vergleicht, wo man den ganzen Tag vor fünf Bildschirmen hockt. Es ist tatsächlich so, dass es bei mir auch zweimal in der Woche eine halbe Stunde ist. Ich gehe meine Watchlist durch. Das ist natürlich nochmal einmal extra Arbeit gewesen, die überhaupt zu erstellen. Die kann man auch regelmäßig, wenn man möchte, nochmal überdenken. Aber ich habe meine Watchliste natürlich. Gehe dann einfach nur durch. Book ich die Prämie. Also ich sage immer, dass ich mindestens 10 Dollar pro Trade einnehmen möchte. Also die Prämie schon weggerechnet. Und dann ist es mir auch egal. Ich gucke mir auch keine Charts an etc. Ich gucke einfach nur meine Aktien, die ich vorher festgelegt habe, die interessant für mich sind. Gucke, wo kriege ich die entsprechende Prämie. Ich will wieder, also ich habe sie, was haben wir jetzt gesagt, für 130 eingehoben bekommen. Ich habe also 130 Dollar pro Aktie bezahlt. Die ist meinetwegen auf 128 gefallen. Und ich habe sie jetzt im Depot. Und dann will ich sofort wieder eine Gegenposition eröffnen, sobald ich die im Depot habe. Und sagen, zum nächsten Freitag bin ich bereit, die für 140, Quatsch für 130 wieder abzugeben. Weil dann habe ich den gleichen Ein- und Ausstandspreis. Aber ich habe auf der PUT-Seite einmal die Prämie verdient. Die ist sehr gering. Und ich verdiene einmal noch jetzt mit dem gegenteiligen Trade, mit dem Call, eine relativ hohe Prämie. Also dein System klingt ja fast wie das, was man immer als Aktienanleihe so angeboten bekommt. Also Sie kriegen jetzt hier 8 Prozent. Es sei denn, der Kurs fällt, dann klingen Sie wie Aktie. Was ist denn der Vorteil bei deinem System? Ich kenne, oder ich habe es jetzt nicht mehr ganz gegenwärtig. Ich weiß, was du ungefähr meinst, was du da jetzt meinst. Bei mir, denke ich, ist einfach der Vorteil, dass ich ja alle Parameter selbst komplett für mich bestimmen kann. Ich kann die Laufzeit bestimmen. Ich kann den Strike-Preis bestimmen. Ich kann das Underlying bestimmen. Gibt es vielleicht auch immer mal wieder was gerade zufällig passt auf der Seite, was dir da angeboten wird. Für mich ist einfach der Vorteil, ich bin da komplett flexibel. Ich kann das so für mich an mein Risiko, an mein Depot anpassen. Und ich kann alle Parameter selbst bestimmen. Es gibt auch immer diesen Fail, dass man Optionsscheine mit Optionen gleichstellt. Ist mir selber auch lange nicht klar gewesen, der Unterschied. Beim Optionsschein haben wir zum Beispiel das Problem, dass dort die Bank am längeren Hebel sitzt und irgendwelche Parameter einstellt. Und bei der Option bin ich die Bank. Und die Bank gewinnt ja immer. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar ist bei mir das der Fall, dass ich reine Aktienoptionen handel. Das heißt, das Schlimmste, was mir bei der eben gerade erklärten Strategie passieren kann, ist tatsächlich, dass ich 100 dieser vorher von mir selbst gewählten Aktien bekomme. Deswegen ist es mir persönlich sehr viel wert oder sehr wichtig, dass ich mir vorher die Aktien anschaue und mir sicher bin, dass ich sie haben möchte. Kollege René handelt eben um Futures etc., Schweinehälften, Sojabohnen, Lebendrind, ne, show your gas, da kann er gleich noch viel mehr zu sagen. Bei Ihnen steht zwar fricky drauf, aber bei mir ist fricky drin. Ich war gierig. Also, nein, anders gesagt. Man muss es so sagen. Ich komme eigentlich aus der Immobilienbranche. Hatte 2016 dann das erste Mal das Glück, nicht nur mal als Käufer zu sein, sondern konnte auch mal verkaufen und habe gesagt, okay, ich möchte nicht wieder im Immobilienbereich noch wieder weitertätig werden. Der Markt ist mir eigentlich zu sehr davongelaufen. Was mache ich? Also habe ich die Hälfte genommen und habe die Hälfte von dem Erlös in dieses Trading-Konto gepackt. Habe es dann öffentlich gemacht, habe Geld-Challenge gegründet und habe gesagt, okay, ich nehme mir diesen Betrag einfach, um zu sehen, kann ich damit, was andere Optionshändler sagen, wirklich einen Cashflow generieren. Ich mache das auf YouTube vor mit einem kleinen Starterkonto mit 5.000 Euro. Da kann jeder mal schauen, was da denn möglich ist, wenn man jetzt nicht gerade eine Immobilie verkauft hat und die Hälfte davon in so ein Trading-Konto packen möchte. Ich denke, 5.000 Euro hat jeder in ein paar Monaten vielleicht mal zusammengespart, wer das mal ausprobieren möchte. Man kann das einfach auf YouTube verfolgen, schauen, was da so für Trades möglich sind und wie viel Cashflow man da im Monat generieren kann. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit den Beträgen, die er da macht, aber er hat natürlich auch ein viel höheres Konto. Ich habe auch noch ein großes Konto. Bist du Blogger oder Leser? Moin, moin. Mein Name ist Luis Patzos und ich bin Blogger. Welchen Blog betreibst du und warum sollte man ihn lesen? Mein Blog heißt nurbaresistwares.de und wer sich für Hochdividendenwerte und einkommensorientierte Geldanlagen interessiert, der ist bei mir, denke ich, richtig aufgehoben. Hallo, ich bin Anni, man kennt mich unter Frau Schnabelkraut. Ich habe einen Podcast, der heißt Anni und die starken Frauen und da stelle ich Unternehmerinnen und ihre Überhörungsgeschichte vor. Bist du Blogger oder Leser? Ich bin Lehrer. Und welchen Blog verfolgst du am Wittschuhl? Ich verfolge, wie man schon gesehen hat, hier den Blog von Freaky Finance und supporte hier so ein bisschen die Community. Cool, was interessiert dich da am meisten? Hauptsächlich die B2B-Kredite. Dadurch bin ich durch den Blog auch auf das Thema überhaupt erst gekommen und ist einfach mal ein Thema, was noch nicht so bekannt ist und sollte mal jeder darüber nachdenken, da vielleicht zu investieren. Bist du Blogger oder Leser? Ich bin Blogger. Welchen Blog betreibst du? Ich betreibe die Seite dividende-ohne-ende.de und kriege den Hauptfokus darauf, jede Woche ein Unternehmen vorzustellen, dass du vielleicht als Dividenden-Investor nicht so ganz auf dem Fokus hast. Aufheller und Pennich. Das Blogger-Elethaar von Aufheller und Pennich muss wegen eines Studiums im Ausland hohe Schulden in Form von Studienkrediten anbauen. In ihrem sehr persönlichen Blog beschreiben sie ihre Strategie, um einen Weg aus den Schulden zu finden. Female Finance Forum. Bloggerin Claudia vom Blog Female Finance Forum setzt sich dafür ein, Frauen und das Thema finanzielle Freiheit miteinander zu verbinden. Auf ihrem Blog und in Seminaren und Konferenzen bringt sie Frauen bei, über Geld zu sprechen und die Finanzen in die eigenen Hände zu bringen. Finance. Dann Finanzblog. Die Finanzbloggerin Hara vom Blog Femance berichtet in einem jungen und frischen Blog über ihre Tipps und Tricks fürs Sparen und Investieren. Dabei geht sie auch auf den Nachhaltigkeitsgedanken ein, indem sie unter anderem über Minimalismus schaut. Finanzfluss. Finanzen in die eigenen Hände. Die Blogger bei Finanzfluss unterstützen die Kupfollower bei allen wichtigen Fragen rund um ETFs, P2P-Krediten oder Sparmodellen. Insbesondere auf ihrem YouTube-Kanal und ihrer Facebook-Community motivieren sie eine große Zielgruppe, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern. Finanzielle Freiheit.eu. Mehr vom Geld. Mehr vom Leben. Der Finanzblogger Felix von finanziellefreiheit.eu beschäftigt sich seit 2017 mit dem Thema Finanzen und mit Tipps rund ums Sparen, Anlegen und Investieren. Auch Kripto-Dämonen und das Thema Steuern kommen bei ihnen nicht zu kurz. Finanzfluss. Die Finanzblogger Chris und Jens vom Blog Finanzprimeur schreiben auf lockere und sympathische Weise über ihren Weg von Finanzstudenten zu Bestseller-Autoren und teilen ihr gewonnenes Wissen mit ihren Followern. Finanzbrocker. Outdoor und Blogger Daniel von Finanzrocker bietet interessante und gut geschiebende Beiträge und macht den Einstieg in die finanzielle Welt auch für Leihen durch seine sympathische Warten einfach möglich. Finanztipp YouTube-Kanal. Die Blogger von Finanztipp bieten eine gelungene Mischung aus Verbraucherratgebern und Experten-Tipps zu sparen. Besonders die sehr gute und realitätsnahe Themenauswahl und videochemische Umsetzung mit hilfreichen Grafiken sorgen für hohe Klickzahlen. Free-D-Finance. Der Blogger Vincent von Free-D-Finance gibt auf seinem Blog persönliche Einblicke in sein Portfolio und ausführliche Beschreibungen, wie er selbst durch sinnvolle Investitionen zu Millionär geworden ist und warum er trotzdem noch arbeiten geht. Fuggerlisten, reicher Leben. Der Profisparer und Blogger Oliver von Fuggerlisten hat es sich als Ziel gesetzt, mit 40 Jahren ausgesorgt zu haben und in Rente zu gehen. Aus seinem Blog teilt er seine Erfahrungen zum Thema Fuggerlismus und zeigt, wie man auch mit wenig Geld gut leben kann. Passives Einkommen mit P2P. Finanzblogger Lars von Passives Einkommen mit P2P hat sich auf diese Kreditfonds spezialisiert und bietet eine Business-Plattform, mit der sich die Follower Langegang und die P2P-Investments herantesten können. Thomas, der Sparkoliot. Der Finanzblogger Thomas vom Blog Sparkoliote bietet ein breites Themenspektrum rund um Aktien, Business und Minimalismus. In seinen YouTube-Videos und über Instagram bietet er Einblicke in seine Anlagestrategie und seine Selbstständigkeit. Tim Schäfer-Media. Blogger und Journalist Tim von Tim Schäfer-Media berichtet regelmäßig von den Geschehnissen der New Yorker Wall Street. Auf seinem Blog nimmt er zur aktuellen Finanzentwicklung an Stellung und gibt Tipps zum Thema Vermögensaufbau. Vielen Dank. Vielen Dank.